Wir haben den 80. Dezember in der 10. Corona-Welle. Olaf Scholz ist immer noch Bundeskanzler. Wir fanden irgendwie immer später los, um dieses schlechte Wetter viel besser zu genießen zu können. Es wird heute so richtig, richtig schön. Das machen wir heute nur 60 Kilometer. Und diesmal geht es zum sowjetflughafen Rangstorf. Ein bisschen klein, ein bisschen schnuckelig. Aber da gibt es etwas richtig cooles zu sehen. Also wie man sieht, der Dezember hat zwar wenig zu bieten, aber davon besonders viel. Wie man sieht, Brandenburg im Winter ist einfach ein Traum. Das hat übrigens auch Schmerzen. Aber andere. Sowjetflughafen Rangstorf sieht jetzt natürlich nicht so geil von außen aus. Aber hier gibt es ein paar richtig coole Hallen und kann man sich schon antun an so einem Samstag. Jaja, Vorsicht, wir müssen festhalten. Hallo? Hallo? Ich bin sehr gut am Gelände festhalten. Das ist wichtig. Das ist das hier. hei dich, hei dich! ja, ach was denn? soja, fühlt man sich fast wie zu hause soja, wie zu hause soja, wie zu hause soja, du bist soja, du bist soja, du bist Willkommen in Wille, Moskau. Vielleicht geht hier irgendwo noch eine versteckte Bombe, getreten vor dem Boden, möglichst wenig hier rumtrampeln. Bis zum nächsten Mal.